Oh ja! Oh je! Du hast ein bisschen Blut! Willkommen zu einem neuen Let's Play von mir! Ich bin in Desk Search and Simulator 2013 Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer hat mich erwartet... Du hast schon mal einen Leiter gleich oder würdest du einen Patient kriegen? Und ein glücklicher Patient! Ähm, man hat ein bisschen Blut an, äh ja! So, ähm, wie ich gesehen aus hier... Hier sind nicht viele Informationen auf dem Bildschirm... Du kannst keine Optionen klicken oder so... Da steht just BOSSA Studios UK Und all die, die über dem Spiel geschafft haben, das war genau Feierlight Also waren bestimmt alle Feierschirurken oder so... So, äh... Click to Beginn! Da klicken ich da mal... Da gibt das... Häusin Control, das ist schon mal erklärt! Du, das ist... Äh, ganz blöde Schand! Ähm... Ich fand das wahrscheinlich schon im Spiel der, zum Beispiel heute... So... Ja, ja... Bevor man ein Herz-Transplantat... Also man muss einen Herz-Transplantation... Aber es fehlen dann heute als Patient, der Georges... Der Georges hat... Zu viel, äh... Der Georges hat, der Georges hat... Und er hat dann... Und er hat dann... Und er hat dann... So wie er dann... So wie er dann... Neut ist... So, äh... Und er hat dann noch gemerkt, seit dem Zeit... Ähm... So... 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 Hä? Okay... Hehehe... Wo das... Was ist mit dem Durchglas? So... 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 So wie ein Profischirurg der halt... Müsst! Okay... Ähm... Den armen... Kerrell... Er ist... Er... Er ist... Er ist... Er ist... So, woher gehen wir dann? Wir... Wir haben schon mal... Alles durch den Nebel... Denn ich habe... Nein, ich bin aber nicht rumgehalten... Er ist... Er... Er ist... Skalpelz? 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 Wow! Wo ist denn nun? Wo ist denn nun da hin? Ah, hier kann ich noch nachher gehen. Oh, hier kann ich einen ganz gefährlich sehen. Ich will den da mal. So, wenn ich mich drehe... Oh, wenn ich mich drehe... Wenn ich mich drehe, kann ich seine Hand drehen? Oder sich eine Arme ausküren oder was auch immer. So, hier kann ich ihn da vielleicht... Ah, oder was da? Oh, merde! Äh, hier ist die Lungen mit der See ein bisschen... ...kassiert. Oh, ich habe schon einen Ripp gebraucht. Oder... ...von die Gemeinschaft. Irgendwann, was du Ripp? Rippe sind... Ah! Was ist denn da, Mann? Das erinnert mich ein bisschen im Kopf. Komm, mit dem Wasser, hier können wir vielleicht die Rippe für die... ...und Herz-Kombination, ey. Ah! Wieso hund ich den Hummerwasch geholt? Wow! Wieso? Das... ...das... 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 ...das Dingens geht heute mal durch den Disch... ...das Stück. Das... ...das... ...das Dingens, du... Oh, nee, hol das Dingen! Ich brauche abgebrochen, wie ich mit dem Strip im Footy mache kann Vielleicht... ...das... ...dass ripp! Also geht das! Also, okay... So... Oh Jesus, Jesus Christ! Oh nein, oh nein, oh nein! Oh, Jesus Christ! Oh nein, oh nein. Oh nein. Das ist zu viel los. So. Bam, 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 wuuuii! Das habe ich noch weiter. So, ich muss hier mal ein bisschen abgeraumt gehen. Chunk, weiter! Bricke nicht mal nach dem Arm, hoi! Oh nein, 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 das herz brauche ich noch, das herz brauche ich noch. Monsieur, er hat jetzt gesagt, move aus! Das ist nicht gesund. Ich rufe jetzt, das ist nicht gesund. Ist das denn komisch, Chunk? Ich sehe das wie Lego. Ich steck Lego einfach. Äh, hol die... Oh, kann ich dich nicht weggeheulen? Voila! Du hängst ein Schunk am Körper. Okay, los, Chunk! Okay, los! Ich fand es übrigens ganz impressionant, weil die... die tür Beauty gegen unsere Arten so gepixelt sind. Das sieht mega realistisch aus. Mh, das war mein neues Patient. Weil Urwe gesehen ist, dass ein Schüßner 50ml Blut wird. Ähm, scheiß. Komm, Seher hat Herz, Herz. Drum, ne? Oh, surgery failed and it was going so well. Oh ja, das ist so gut gegangen. Das ist wirklich ganz gut gegangen. It only took you 5 Minuten into brutally murder this guy. Oh ja. Ich mein, das Krämer nach Misere hin. Okay. Wir können dann den Titelbildschirm wahrscheinlich. Ja, ganz genau. Weil die epische Musik kennt doch. So. So, okay, das hier will ich alles richtig machen. Und nicht schon der Muffang. Nicht schon der Muffang. Das ist Rufgeheim. So. So, der Fliederhof. Ruf dummert? Ja, genau, dann stell dir doch keinen. So, dude. So, holen wir da mal die Maske ruf. Ah, ich mein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. So. So. Ähm, ja. Ich geh so und wir holen den Hummer. So. Bäm! 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 Du bist das, bitch! Okay, die Lungen müssen raus... Von der Lung, die ausgesehen wie Gehirn... Wir haben noch eine Lung! Du hast noch eine Lung geschossen... Ich habe noch eine Lung geschossen... Ich habe noch etwas geschossen... ...und wir haben noch eine Lung geschossen... Oh, du hast noch eine Lung geschossen... Das könnte vielleicht ja nur im Trick. Schunk genau raus, die sind überflüssig. Schunk, gebrauch ihn doch nicht. Hol die Schunk doch raus, 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 raus mit der Schunk. Voila, mit einem gekonnten Armschwung, hab ich die Schunk doch rausgeheilt, genau wie die doch auch. So, dann macht das Schunk. Huuuuii. So. Und dann jetzt. Komm. Rapp um jetzt. Wow. Wo sind wir? Was? Was ist das dumm? Wie die Arm sich vorbei ist. Rapp mich fest. Wow, wow, what the hell? Gott. Wow. Holy shit. Ich brauche hin, hab ich dir das loszuschneiden oder so. Ah, du hast so ein, äh, ein Doodli. So, aber mal, dem kann ich dann high. So wahrscheinlich Ternsup schneiden. Äh, losschneiden oder was auch immer. Oh shit, du. Voller 30%. Was so viel Blut. Okay. Ähm. Okay. 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 Sag ich, sag es so. Oh, super. Es geht weiter, aufgesehen! Nein! Draht. Draht, Matthias. Du scheiß See. Gott. Oh nein. Das kann ich nur drei Minuten bekommen zu bringen. und dann dann, dann geht das jetzt an. Alles klar! Auf euch Neues! Ich will das mal auf den Kopf Klick zu beginnen So Also wahrscheinlich das erste Das erste werde ich richtig meinen Ich will die Die Huste mal so hoch Die ist schon voller Blut aus Also wird am Anfang nicht logisch aus Und dann Ähm, ich weiß nicht Komm Ich kann mal ein paar Sachen nehmen Ah, Cheia, Cheia Das ist die Hunde schon nicht benutzt Geht mal die fucking Cheia neben am Oh, ne, ne, oh, ne, ich habe Cheia aufgeholt Oh, Assistentin Hallo, ich brauche mein Cheia Ah, dann könnt ihr mal die Lungen gehen Die ich hier drüben in die Böden gefällt Äh, geholt das Ja, okay, ne, zieh Er kann nicht den Mittelfanger weisen, oder? Richtig um den Pfanger Richtig drüben, ich werfe die Kacke Oh, ne, ne, ich bin schon mit den Händen Oh, der kommt nicht So, du brach mal So, ich mein, du alles schießt mit dem Pfanger Ich will nicht den Dippchen, oder? Ich will nicht den Dippchen Ich will nicht den Dippchen Ah, komm mal ein Dippchen Ich geh in da was Ah, ja Weee Oh Ciao Dippchen Ey, mach die fucking Dinge so absurd Ich will nicht den Herz ein Will nicht Und ich geh ein bisschen so an Blut Und dann fängt mich drum ab Nee, das ruft gefallen Der das scheiß Bei einer Herztransplantation Der hat noch das Herz ruft Der das nicht gut Ähm, was machen wir da los? Wahrscheinlich, äh, bleibt es als einzige Chance Für das Spiel heute zu packen Äh, den Patient abzubringen So Ah, so holen wir schon mal Hi Den Hummer Ey, nicht der Radio Radio, du warst auch ein bisschen überflüssig Komm, geh hoch Merci So, äh Den Hummer Den Hummer Den Hummer Komm, Hummer So Merci Hummer Bang Ich bin schon da Komm Ah, komm BAM So, alles zu breich lohn am besten Ne, das ist Sicher So Glock 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 Geh Glock Von Wada Glock Glock Ich schau Hier Jetzt A&D Schraub �� Eist, Plastik, Git Eist, Plastik, Woolf Ich hab' einen Pei Wirklich einen Arm Du kannst wirklich 180 Grad einen Arm drehen Ich hab' dir So, die eine Lunge ist auch noch ein bisschen weh. Ich muss so schließlich durch den Herz kommen, denn das ist wirklich wichtig, das wichtigste. So, Skalpell. Skalpell so, oder? Hol den, hol den Skalpell. Ah, okay, müssen wir uns rum riechen, riechen, so. Skalpell. Nee, ich will das Ding in du nicht! So, ma... Hallo? Ah, bitte, Mann! Ah, ist nachts lang. So, hrech, dinge lang, guck. Guck, ist schon Ding lang. Haha, du nöt. Ist schon Ding lang. Ne 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 ne, oh, ne 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 ne. Ups. Ne 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 ne. Eeeh, ja, Partyhard. So, hoffentlich gehe ich da nicht umgeklotzt. Nee, ich sehe einen Chirurg, ich kann nicht mehr, ich will. Komm, hol das Ding in, du, hol das Ding immer mittel. So, hola, so hola. So, hola. So, hola, so, hola. So, dann geben wir eine. Und dann schneiden wir das genau so. Genau so benutzen wir den Yvrigin-Yvrigin. Und dann sagen Sie, ich verstehe nicht wieso, wieso ihn so im Griff wollen. Genau so, bam, bam. So, nun muss man sein Patient irgendwie retten. Und den haben wir mal die See herausgehalten. Die See, Mann! Nee, Mann! Ich meine, ich meine, das ist tot. Komm, riech in meiner Hand. Oh, ja, riech. Hm. Tasty, tasty. Kassi, 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 Kassi. So. Ähm. Komm, hol das Ding jetzt mal rein. Komm. Hol das Ding in, du! Gott! Ich gehe sicher kein Chirurg. Ähm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die Leute sich durchtun, die das Spiel heute entwickelt hat. Ähm. Also, keine Ahnung. Das ist gratis. Ihr könntet gerne, äh, downloaden. Wie auf der Internetseite vom Spiel. Äh. Ich weiß nur nicht, ob nach einer Operations-Viergang gehen, wie ein Herz-Transplantation, zum Beispiel eine Lungen-Transplantation oder selbst. Ähm. Ich meine zwar nicht, weil durch das, glaube ich, könnte auch mal gehen. Ähm. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich den Entwickler geschmeckt habe, um für nachher selbst dann zu bauen. Ähm. Ich finde mich dick getrolled. Ähm. Ja. Ähm. Ja. Ähm. Ähm. Ich hoffe nicht, ich kann ihn nicht so im Chirurg gehen. Total besoff. Oder... LSD aus. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. So. Das war halt. Viertel Sinn. Let's play von Surgeon Simulator 2013. Ich muss mir unbedingt die Surgeon Simulator befinden. Die Jura Fiedrone. Allee. Bis dann.